Heute gesagt, kein Ast dazwischen! Geh für den Bau! Das ist die einzige Frage! Wer muss denn den Traum machen? Weil wir haben gesagt, die macht den Rollstuhl. Wir haben niemand über den Kopf gesprochen. Wir müssen zu viel und zwei Leute müssen zweimal auf den Boden gehen. Geh mit dem Kopf gegeneinander! Geh mit dem Kopf gegeneinander! Nimm den Bau bitte! Nimm den Bau bitte! Ja, nimm den Bau bitte! Fuck, wir können doch nicht so anfangen, mit Ast auf den Boden zu lassen! Fire! Go! Team!